Hallo zusammen und willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe diesmal ein Frisuren-Video für euch. Und zwar möchte ich euch zeigen, wie ich mir meinen Messie-Bun mache. Der ist nämlich total einfach und dauert nicht länger wie 5 Minuten und ist daher die perfekte Allhacks-Frisur. Ich habe die Frisur auch in meinen letzten zwei Haul-Videos, da habe ich einen Primark Haul gemacht, getragen. Also falls ihr Interesse an den zwei Videos hättet, verlinke ich sie euch auch noch in der Infobox. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ansonsten empfiehlt sich bei einem Messie-Bun natürlich, die Haare vielleicht nicht frisch gewaschen zu haben. Allerdings sind meine jetzt auch frisch gewaschen und ich mache mir auch öfter auch frisch gewaschenen Haaren. Das funktioniert eigentlich genauso gut. Man muss halt vielleicht ein paar mehr Bobby-Pants benutzen, aber ansonsten ist es eigentlich genauso gut. Ja, dann würde ich sagen, habe ich auch schon wieder genug gequatscht und wir fangen am besten gleich an mit der Frisur. Als allererstes kennt ihr euch die Haare natürlich durch. Das habe ich in meinem Fall natürlich schon gemacht. Und dann macht ihr euch einen Ponytail. Also sprich einen Zopf, der jetzt aber nicht wie ein Pferdeschwanz recht unten, sondern er muss recht nah am Kopf angesetzt sein. Wenn das jetzt nicht so ordentlich ausschaut, ist das überhaupt nicht schlimm. Macht euch da keine Sorgen. Wir machen schließlich einen Messie-Bun. Also wenn da jetzt so ein bisschen was ausschaut und der Zopf nicht ganz perfekt liegt, ist das vollkommen in Ordnung. Das gehört zu dieser Frisur einfach mit dazu. Falls ihr euch jetzt wundert, warum ich öfter mal nach rechts gucke, da ist mein Display von meiner Kamera. Und da ich jetzt hier leider keinen Spiegel in der Nähe habe, muss ich da öfter mal reingucken. So, schon fertig. Und dann setze ich mir den Haargummi an, dass das gut hält. Und dann habt ihr erstmal euren Ponytail. Als nächsten Schritt nehmt ihr die Haare und dreht sie ein. So lang, wie es einfach geht, bis zum Ende, bis sie sich schon wieder anfangen auszudrehen. Dann nehmt ihr die Haare und setzt sie einfach über euren Zopf. Es ist vollkommen egal, ob ihr von links nach rechts oder von rechts nach links anfängt. Und ihr dreht einfach so weit, wie es geht. Diese Haarspitzen, die jetzt hier vorne übrig bleiben, setze ich mir jetzt einfach unter dieses gedrehte. Nehm mir da am besten einen Bobbypin und fixiere das einfach an diesem Zopfgummi dran, dass das gut hält. So, dann haben wir eigentlich eher ein Dutt und kein Messie-Bann. Deswegen machen wir jetzt auch weiter, das ein bisschen zu zerstören. Jetzt nehmen wir uns nämlich links ein paar Strähnen raus. Ich benutze da immer meistens meine Babyhaare, da die nicht ganz so lang sind. Und ich finde, das schaut immer am besten aus. Wenn ihr da aber extrem lange Haare habt, ist das auch nicht schlimm. Dann könnt ihr das auch mit einem Lockenstab gut machen, dass ihr die nochmal einwickelt in den Lockenstab. Und dann schaut das halt auch wirklich sehr, sehr, sehr schön aus. Habe ich auch schon mal ausprobiert. Ich mache aber meistens nicht so viele Haare raus. Und deswegen ist es dann okay, wenn ich die kleiner wische. Und so reicht mir das jetzt auch schon. Weil wir ja bei den Messie-Bann auch viel Volumen wollen, gehen wir jetzt praktisch mit dieser Spitze. Das ist übrigens ein Färbekamm, den ich dafür mal ganz gerne benutze. Allerdings könnt ihr auch jeden Stielkamm dafür benutzen oder einen Stift, was auch immer ihr daheim findet. Und setze jetzt praktisch hier diesen Stiel hier vorne rein und ziehe ein wenig nach vorne. Seht ihr? Das zaubert gleich Volumen. Und das mache ich dann auch hier und hier und einfach am ganzen Kopf entlang. Damit natürlich am Kopf gleichmäßig überall viel Volumen ist, müsst ihr einfach abgleichen. Ihr könnt natürlich weniger ziehen, wenn ihr nicht ganz so viel Volumen wollt. Ihr könnt natürlich noch weiter das rausziehen, wenn euch das noch zu wenig Volumen ist und ihr dann mehr haben wollt. Also das kann man je nach Belieben machen, wie es einem selber eben am besten gefällt. Dann zieht ihr das. So, dann habe ich das jetzt hier raus. Hier vorne gefällt mir das noch nicht ganz. Ich muss jetzt nur mal kurz reinschauen. So, so gefällt es mir eigentlich schon ganz gut. Was mir jetzt noch nicht gefällt, ist natürlich der Band hier hinten. Der ist viel zu ordentlich, außerdem sieht man ihn noch kaum. Deswegen, das mache ich am besten immer mit den Händen, nehme ich jetzt praktisch hier dieses Eingedrehte und ziehe das so ein bisschen auseinander. Und das mache ich jetzt so die ganze Zeit. Ich ziehe das auseinander, ziehe es auseinander, ziehe es auseinander. Wenn euch jetzt die ein oder andere Stehne rausfällt, überhaupt nicht schlimm. Passiert mir auch jedes Mal. Im Gegenteil, finde ich sogar ganz cool. Ihr könnt euch nämlich das jetzt setzen, wie ihr wollt. Ich habe jetzt zum Beispiel hier das Teil, was ein bisschen rausfliegt. Ist aber eigentlich ein ganz schönes Teil. Kann man gut anpassen. Setze ich mir jetzt hier drauf, weil ich es da ganz schön finde. Dann brauche ich wieder ein Bobbypin, um das alles zu fixieren. So, dann tue ich das mit dem Bobbypin dran. Und ihr seht, ich habe schon viel mehr Volumen jetzt in diesem Band. Das reicht mir aber noch nicht. Und ich ziehe jetzt noch ein Stück weiter und ziehe das mehr nach rechts oder nach links. Wie mir das halt am besten gefällt. Ich glaube, hier ist es ganz schön. Und das könnt ihr dann machen, so lange, wie ihr wollt oder wie es euch halt eben passt. Und immer wieder mit Bobbypins fixieren. Wer natürlich jetzt zum Beispiel mehr in die Richtung Hochsteckfrisur gehen möchte, der kann dann natürlich noch ein bisschen mehr rumwurschteln, sich da was rausholen oder hier was mit dem Bobbypin dranstecken. Das schaut immer auch ganz cool aus und ist vor allem auch eine ziemlich einfache Hochsteckfrisur. So, ich schaue jetzt noch, ob mir das passt. Aber ich finde, das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Das setze ich mir noch ein bisschen rein. So. Also, das ist wirklich alles je nach Belieben, je nach Geschmack, wie es euch eben am besten gefällt. Ich fixiere mir das jetzt nur noch ein bisschen fester, da ich ja auch noch die gewaschenen Haare habe, habe ich Angst, dass mir sonst die Frisur einfach nicht hält. Und dann nehme ich noch diese Strähnen. Und wie gesagt, keine Angst haben, wenn irgendwelche Strähnen rausfallen. Also, man kann das alles wieder fixieren, alles mit Bobbypins befestigen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Und bei einem Messieband soll das ja auch so aussehen. Gut. Das nehme ich mir jetzt so. So. Ja. Mir gefällt das jetzt eigentlich schon ganz gut. Und ich bin eigentlich jetzt zufrieden mit dem Messieband. Wenn ihr natürlich noch mehr stecken wollt, könnt ihr das gerne machen. Ihr könnt hier natürlich auch noch ein bisschen mehr Volumen zaubern. Das ist auch überhaupt kein Thema. Ansonsten fixiere ich die Frisur immer mit einem Haarspray noch. Ich benutze da am liebsten das vom A-Net. Das ist dieses Volumen Haarspray mit starkem Halt. Da ist dann unten so ein Tigerzeichen abgebildet. Daran erkennt man es ganz gut. Und ja, das benutze ich jetzt einfach noch, um die Frisur ein bisschen zu fixieren, dass da auch sicher alles hält und nichts kaputt geht. Und ja, dann seid ihr eigentlich schon fertig mit der Frisur. Und ich finde, die Frisur ist einfach total einfach zu machen. Perfekt für den Alltag daher geeignet. Und vor allem, wenn die Haare nicht frisch gewaschen sind, kann man sie so sehr gut kaschieren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Falls ihr noch mehr Frisurenvideos wollt, oder falls ihr diese Frisur ausprobiert, schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Mich würde es wirklich interessieren, ob das bei euch genauso gut und schnell klappt wie bei mir. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Mittag, Abend, wann auch immer ihr mein Video seht. Und hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Tschüss!